Umweltpakt Bayern. Nachhaltiges Wachstum mit Umwelt- und Klimaschutz. So lautet der Titel des neuen Umweltpakts, der von der bayerischen Staatsregierung und der bayerischen Wirtschaft unterzeichnet wurde. Der Umweltpakt ist ein zentrales Instrument der Umweltpolitik in Bayern. Gerade die Herausforderungen des Klimawandels bedeuten für uns ja, dass wir CO2 reduzieren müssen. Bayern ist ein Land mit dem niedrigsten CO2-Verbrauch insgesamt und deswegen wollen wir natürlich, dass das sich weiter senken lässt. Und dazu brauchen wir die Wirtschaft. Wir haben verbindliche Ziele vereinbart, was an CO2-Senkung auf der einen Seite vorangebracht werden muss, auf der anderen Seite aber auch die Stärkung mit neuen Technologien. Und diese Verbindung von Innovation auf der einen Seite, CO2-Sparen auf der anderen, das zusammen macht den Charme der Zukunft aus. Also Arbeitsplätze und Klimaschutz gehen Hand in Hand. Der vierte Umweltpakt Bayern ist bis ins Jahr 2015 fortgeschrieben. Er ist die Grundlage für kooperativen Umweltschutz in Bayern. Er ist die Grundlage für Kooperativen Umweltschutz in Bayern. Vielen Dank.